Was für eine Woche! Jeden Tag gab es seit vergangenen Samstag einen Sommertag in Deutschland. Jeden Tag wurde irgendwo die 25-Grad-Marke überschritten. Das letzte Mal war es gestern der Fall gewesen. Heute wird es wohl nicht mehr reichen, aber es bleibt insgesamt mäßig warm in den nächsten Tagen. Die Eisheiligen übrigens sind weit und breit überhaupt nicht in Sicht, dafür aber sehr viel Regen. Neue Gewitter ziehen aktuell im Westen auf, Richtung Nordrhein-Westfalen. Aber besonders brisant wird die Wetterlage ab Montagabend bis Mittwochmorgen werden. Und zwar in den gleichen Bereichen, die am Donnerstag schon mal schwere Unwetter hatten. Da gibt es noch mal starken Dauerregen, zum Teil mit Mengen im Unwetterbereich. Da kommen 40 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter runter. Von Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz, auch die Eifel ist wieder betroffen, rüber bis nach Nordbayern. Da wird es bis Mittwochmorgen ab Montagabend richtig nass werden. Aber nicht nur dort, auch bei unseren westlichen Nachbarn ist viel Regen zu erwarten. Bis Mittwochmorgen in Südfrankreich zum Teil über 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Wir schauen mal auf die Temperaturen von gestern. Wie gesagt, da gab es noch mal einen Sommertag im Nordosten. Meckpomm ganz vorne mit dabei mit 26,4 Grad. Aber auch in Berlin, da musste man mit 24,6 Grad wahrlich nicht frieren. Nach diesem Sommertag gab es aber in Meckpomm vor allen Dingen gestern Abend den großen Knall. Und da kam richtig was vom Himmel runter. An einer Wetterstation über 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch in Rostock waren es noch 32 Liter Regen pro Quadratmeter. Regional kam es zu leichten Überschwemmungen. Hier und da sind wieder mal einzelne Keller vollgelaufen. Von der 25-Grad-Marke sind wir heute Nachmittag doch eher weiter entfernt. Die höchste Temperatur heute zur frühen Mittagsstunde so 20,6 Grad ist es gewesen. Also da sind wir doch deutlich unter der 25-Grad-Marke bisher. Wir schauen auf die Mai-Bilanz. Es sind zwar erst drei Tage vorüber, aber natürlich können wir Vergleiche ziehen mit den ersten drei Mai-Tagen zum alten und zum neuen Klimamittel. Wir beziehen uns nur auf die ersten drei Mai-Tage, wohlgemerkt. Wir haben eine mittlere Temperatur von 16,1 Grad. Im Vergleich zum alten Klimamittel liegen wir 6,0 Grad darüber in diesen ersten drei Mai-Tagen. Im Vergleich zum neuen Klimamittel 4,3 Grad. Bisher gab es 8 Liter Regen pro Quadratmeter. Auf die Fläche von Deutschland hochgerechnet. Und damit ist das Monatssol zu 11 Prozent erfüllt worden. Und wir hatten bisher 25 Sonnenstunden. Damit ist das Sol für diesen Monat zu 12 Prozent erfüllt worden. Wie geht es nun weiter? Eins können wir festhalten, die Eisheiligen sind weit und breit nicht in Sicht bei uns in Deutschland. Auch nicht in Magdeburg bis zum 20. Mai. Hier unten, das ist die Null-Grad-Marke. Da kommen wir nicht einmal irgendwie auch nur ansatzweise dran. Die Temperaturen im Mittel um die 15 bis 20 Grad. Später vermehrt Ausreißer Richtung 26, 27 Grad. Über das lange Wochenende weniger Regen. Davor und danach jeweils ziemlich wechselhaft und immer wieder Niederschläge. Auch im Süden in Walzuttingen sieht es recht ähnlich aus. Zunächst viele Regen. In den kommenden Tagen kommt einiges noch vom Himmel runter. Noch mal Hochwassergefahr. Die Temperaturen so um die 10 bis 15 Grad. Später Anstieg auf Werte um die 20 Grad. Ausreißer im Süden bei 25 bis 28 oder 29 Grad. Auch hier gilt, über das lange Himmelfahrtswochenende bleibt es eher trocken. Aber davor und danach geht das wechselhafte Wetter weiter. Ein stabiles Hoch ist da erst mal nicht zu erwarten. Unser Wetter könnt ihr auch live mitverfolgen auf Instagram. Einfach mal dort nach Wetternet suchen und auf Folgen klicken. Dann verpasst ihr keine News. In der kommenden Nacht viele Wolken, zeitweise neuer Regen. Es ist durchwachsen. Die Temperaturen, die gehen so auf 12 bis 7 Grad zurück. In Höhere lagen noch ein bisschen tiefer. Hier 6 oder 5 Grad gar nur. Morgen insgesamt wieder so wechselhafter. Mischt schon wieder hier so ein neues Tief mit bei den britischen Inseln. Und das heißt, der morgige Tag bringt einzelne Schauer. Vor allen Dingen hier im Osten noch mal kräftige Gewitter mit Starkregengefahr. Einzelne starke Regenfälle kann es da also noch mal geben. Die Temperaturen so ein bisschen mäßig warm. 13 bis 20 Grad. Im Südosten bis zu 21 Grad. Und wie beginnt die neue Wetterwoche? Auch ziemlich nass. Vor allen Dingen zum Nachmittag und am Montag setzt der kräftige Regen ein. Einmal quer über Deutschland. Da kommt dieser Dauerregen hier auf. Mit Hochwassergefahr bis zum Mittwochmorgen mehr oder weniger stark. Die Temperaturen so um die 15 bis maximal 20 Grad. Im Südosten noch mal bis zu 23 Grad. Und dann der Dienstag. Komplett verregnet von Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz, über Hessen, das Saarland, bis nach Baden-Württemberg, teilweise Bayern, Sachsen, Thüringen. Immer wieder kräftiger Regen. Bei Dauerregen gerade mal 10, 11, 12 Grad. Mehr ist da nicht drin. Ansonsten 13 bis 17 Grad. Das höchste der Gefühle. Zum Mittwochmorgen, da zieht sich der Regen langsam ganz nach Süddeutschland zurück. Hier immer noch kräftiger Regen bei 11 bis 15 Grad. Ansonsten nach Osten und Norden zeitweise schon wieder etwas Sonnenschein bei 12 bis 17 Grad. Ja und dann kommt der Himmelfahrtstag und siehe da, der Frühling ist schon wieder da bei uns in Deutschland. Über Nacht quasi angekommen, pünktlich zum Feiertag, zum Christi-Himmelfahrtstag oder auch Vatertag genannt. Temperaturen um die 16 Grad an der Ostseeküste, 17 Grad im Südosten bis zu 23 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Perfektes Wetter für die vielen Feiertagsausflüge, das kann man heute schon mal festhalten. Auch der Brückentag wahrscheinlich relativ freundlich, noch 15 bis 22 Grad. Immer wieder Sonnenschein zum Abend, dann aber im Norden einzelne Schauer. Ja und dann ist es noch unsicher, was passiert am Samstag und am Sonntag. Ich habe mal eher die schlechtere Variante ausgewählt. Einige Modelle sagen eher, es wird wechselhaft am Samstag schon wieder. Immer wieder Regenschauer, Temperaturen maximal noch 12 bis 19 Grad. Ähnlich auch der Sonntag, immer noch im Osten zum Teil kräftige Regenschauer. Aber hier im gesamten Westen und Süden schon wieder mehr Sonnenschein bei Temperaturen bis zu 17 oder 18 Grad. Da könnte es auch schon wieder trocken bleiben. Und am Sonntag wäre auch Muttertag. Das heißt, das Wetter zumindest mal hier in der West- und Südhälfte und teilweise Nordhälfte gar nicht mal so übel. Aber wie gesagt, das Ganze ist noch ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Zum Schluss der Blick nach Norddeutschland bis zum 19. Mai. Ja, und wir stellen auch hier fest, 15 bis 20 Grad. Auch hier überhaupt keine eisheilige Sicht, aber auch wenig Regen eigentlich. Ja, also erst wieder ab dem 14. und 15. Mai verstärkt Niederschlagsignale. Also hier ist es eher so eine trockene Region. Das hier ist die Prognose vom europäischen Wettermodell. Die berechnet durchaus weniger Niederschlag. Und auch im Westen, da sehen wir erst mal über das Himmelfahrtswochenende, da wird es trockener sein. Davor aber der kräftige Regen, vor allen Dingen von Montagabend bis Mittwochmorgen mit Gefahr. Auch wieder in der Eifel mit den starken Regenmengen. Danach wieder neue Niederschläge nach dem langen Himmelfahrtswochenende. Auch hier sehen wir eben keine eisheiligen. Und auch im Osten die gleiche Wetterentwicklung. Keine eisheiligen zu sehen. Es bleibt warm. Temperaturen 15 bis 20 Grad nach hinten raus Richtung 25 Grad Marke. Über das Himmelfahrtswochenende eher trocken. Davor danach etwas Regen und die gleiche Wetterentwicklung in Süddeutschland. Trocken mehr oder weniger über das lange Himmelfahrtswochenende. Das sehen wir hier davor und danach wieder nass. Mittendrin Temperaturen um die 15 bis 20 Grad. Später auch etwas darüber. Und wir blicken in die Landesmitte hinein. Auch hier konstant Temperaturen um die 15, 16, 17 Grad. Später um 20 bis 25 Grad. Ab und zu mal ein paar Regenschau mit dabei. Auch hier können wir festhalten, keine eisheiligen bis zum 19. Mai zu sehen. Und die CFS-Prognose bleibt dabei. Dieser Mai könnte ein bis zwei Grad wärmer ausfallen als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Daran hat sich also aktuell überhaupt nichts geändert. Ja und mit dieser letzten Aufnahme, die letzten Grafik, ein schönes Wochenende. Tschüss, bis bald.